Hallo, ich bin Susanne Höhne hier aus der Beuteltürort Galerie und es gibt jetzt was Neues auf meiner Website und zwar meinen ersten Online-Shop. Eigentlich bin ich eine Galerie mit vielen Kunstwerken, wie zum Beispiel dieses wundervolle Großgemälde, aber wie du vielleicht schon weißt, habe ich ja auch noch weitere Sachen, wie zum Beispiel Beutel, Handbemalte mit kleinen Kunstwerken drauf oder diese Upcycling-Kanister. Und für meinen Webshop habe ich mir jetzt für den Start überlegt, erstmal die Sachen dort einzustellen, die leicht zu verschieben gehen, so dass sie sich bei dir ankommen und habe mich deswegen eben für die Stoffbeutel und die Kanister entschieden. Und zur Eröffnung meines Webshops gibt es jetzt auch für die erste Woche richtig gute Preise in meinem Shop. Genau, und deswegen lade ich dich ein, schau einfach mal rein, gucke, was du findest, was dir gefällt und ich würde mich freuen, wenn ich es schaffe, den ersten Artikel online zu verkaufen. Wenn irgendwas nicht geht mit Bezahlvorgang oder was auch immer, dann schreib mir bitte eine E-Mail, damit ich das auch weiß und verbessern kann, denn es ist auch für mich was ganz Neues. So, jetzt habt ganz viel Spaß damit. Ciao, deine Susanne.